Musik Ihr und wir, wir werden Ebay nicht verändern. Ja, das muss ich euch mal sagen. Ich brauche Ebay auch nicht und Google auch nicht. Und trotzdem werde ich es nicht verhindern. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden, dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen, dass wir dieses Stadion hingestellt haben. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkommission zu finanzieren. Atemlos in den Klass, spür, was geht, wer mit dir macht. Mit rotem Rauf geht's hinein, der Würstchen-Olli ist ganz klein. Atemlos in den Klass, spür, was geht, wer mit dir macht. Mit rotem Rauf geht's hinein, der Würstchen-Olli ist ganz klein. Wenn die SPD und Frau Nahles und Herr Garpil immer weiter wissen, dann kommt Vermögensteuer, dann kommt Erbschaftssteuer. Und am Ende nützt das gar nichts. Wissen Sie warum? Weil die Reichen gehen dann nach Österreich und in die Schweiz und dann haben wir gar nichts davon. Wir müssen die Reichen hier halten, damit sie weiterhin gemolken werden können, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und dafür müssen wir Voraussetzungen schaffen. Ein halbes Jahr später ist klar, wen Hoeneß damit auch meinte. Sich selbst. Atemlos in den Klass, spür, was geht, wer mit dir macht. Mit rotem Rauf geht's hinein, der Würstchen-Olli ist ganz klein. Atemlos in den Klass, spür, was geht, wer mit dir macht. Mit rotem Rauf geht's hinein, der Würstchen-Olli ist ganz klein. Alle Scheißstimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Steuern hinterzogen, mehrere Millionen. Jetzt im Festvertrag in der JVA. Eine kleine Zelle darfst du dann bewohnen. Und da bist du dann der große Star.